Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittlers Geschichtsstunde. Ich bin Kai Axel Anderuth, Autor des im Mittler Verlag erschienenen Buches 30 Jahre deutscher Einheit – Eine Bilanz. In Mittlers Geschichtsstunde skizziere ich in jeweils 10 Minuten die wichtigsten Ereignisse der jüngsten deutschen Geschichte. Kurz, klar und wahr. Mein heutiges Thema lautet die durchwachsende Bilanz der Treuhandanstalt. Als der Theologe und Bürgerrechtler Wolfgang Ullmann dem zentralen runden Tisch am 12. Februar 1990 sein Konzept zur umgehenden Bildung einer Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR vorstellt, möchte er damit gewährleisten, dass, wie er sagt, 40 so schrecklich fehlgeleitete Lebensjahre voller Arbeit und Mühen für die Bürger der DDR nicht gänzlich ergebnislos bleiben. Kurz vor den Volkskammerwahlen am 18. März 1990 beschließt der Ministerberat das Statut dieser Treuhandanstalt. Angesiedelt wird sie beim Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Zunächst 143 Mitarbeiter sollen in 15 über die gesamte DDR verteilten Außenstellen bis zum Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli 1990 etwa 8.000 Kombinate und volkseigene Betriebe in Kapitalgesellschaften umwandeln. Trotz intensiver Bemühungen sind bis Ende April 1990 lediglich 75 dieser 8.000 Betriebe umgewandelt. Parallel dazu führt die Treuhand eine Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit durch. Von den 2.200 bis dahin erfassten Unternehmen sind 683 auch nach der Umstellung auf die D-Mark ohne Fördermittel rentabel. Der Rest ist defizitär oder konkursgefährdet. Am 1. September 1990 wird Höschsanierer Detlef Carsten Rohwerder Präsident der Treuhandanstalt. Neben dem Rückstand bei der Modernisierung gab es ein viel grundlegenderes Problem, betont der an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg lehrende volkswirtschaftlicher Karl-Heinz Parquet. Das Fehlen weltmarktfähiger Produkte. Je länger die Abschottung der DDR vom Weltmarkt angedauert hatte, desto weiter waren ostdeutsche und westdeutsche Produkte hinsichtlich Produktdesign, Funktionalität und technischer Ausstattung auseinandergedriftet. So hatten ein Wartburg aus Eisenach und ein DKW aus Ingolstadt in den 1950er Jahren weit mehr gemeinsam als ein Trabant aus Zwickau und ein Polo aus Wolfsburg drei Jahrzehnte später. Zwischen den beiden gab es keine wirklich brauchbaren marktwirtschaftlichen Anhaltspunkte, wie sie sich vom Wert her zueinander verhielten. Alle ahnten jedoch, dass der Marktwert vieler DDR-Produkte viel zu niedrig war, um bei realistischen Kosten die Produktion aufrechterhalten zu können. Während die Herausforderung zum einen also darin besteht, die ostdeutschen Betriebe für den harten Wettbewerb auf für sie und ihre Produkte neuen westlichen Märkten zu ertüchtigen, brechen ihnen ihre angestammten Handelspartner im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe im Osten weg. Allein 37 Prozent des ostdeutschen Außenhandelsumsatzes entfallen auf die Untergehen der Sowjetunion. Die koordinierten Volkswirtschaftspläne beider Länder sehen vor, 66 Prozent der Bagger und Kräne, 40 Prozent der Fischereischiffe und 35 Prozent der Eisenbahnwaggons aus DDR-Produktion zu beziehen. In Folge der D-Mark-Umstellung werden die über 1.000 noch beim VEB Waggonbau Ammendorf in DDR-Mark bestellten und 1991 von der an den Bombardier-Konzern veräußerten Deutsche Waggonbau AG gelieferten Personenzugwaggons mit einer Milliarde D-Mark über Nacht viermal so teuer wie zu DDR-Mark-Zeiten und amortisieren sich auf Basis der sowjetischen Eisenbahntarife erst nach 500 Jahren ununterbrochenen Einsatzes. Angesichts wachsender asiatischer Konkurrenz hatte Westdeutschland die Werftenkrise bereits in den 70er und 80er Jahren zu spüren bekommen. Anfang der 1990er Jahre stellt sich im Westen daher manch einer die Frage, warum es ausgerechnet den rückständigen und überbesetzten Werften in Mecklenburg-Vorpommern anders ergehen sollte als einst ihren westdeutschen Schiffbau-Kollegen. Die Maschinen gehören ins Deutsche Museum, spottet ein westdeutscher Experte bei einer Gruppenbesichtigung der Warnow-Werfe in Rostock und den Hinweis von Treuhandvorstand Klaus-Peter Wild es gebe einen Kaufinteressenten, quittiert ein zweiter mit dem hämischen Kommentar vermutlich ein Antiquitäten-Sammler. Eine halbe Milliarde D-Mark will die Treuhand in die Sanierung der neu gegründeten Rechtsnachfolgerin des VEB-Kombinats Schiffbau investieren, um möglichst viele der 46.000 Arbeitsplätze zu retten. 22.000 Arbeiter sind bereits in Kurzarbeit. Sofort regt sich Widerstand. Wir können und werden nicht zulassen, dass im Osten ein staatlicher Schiffbaukonzern entsteht, der seine Kunden hochsubventioniert in unseren westlichen Märkten sucht, droht die Hamburger Konkurrenz im Spiegel. Der Leiter der IG Metall Bezirk Küste, Frank Teichmüller, hält der Bundesregierung eine Politik des Schiffeversenkens vor. Nach langwierigen Verkaufsbemühungen der Treuhand werden die ostdeutschen Werften schließlich in einer Kompromisslösung im Paket verkauft. Ministerpräsident Alfred Gomolka plädierte für den Verkauf an mehrere Erwerber, um das Risiko zu streuen. Der Bundesverkehrsminister und CDU-Landesvorsitzende Günter Krause favorisiert dagegen die große Verbundlösung. Alfred Gomolka, einsam im Ostseesturm, titelt die Taz. Gomolka unterliegt. Den Traum des Bremer Vulkanchefs Friedrich Hennemann vom ozeanischen Jahrhundert alimentiert die Treuhand mit 690 Millionen D-Mark an Cash-Leistungen und 183 Millionen D-Mark an Altkredit-Entschuldungen. Doch das Geld landet nicht in den neu erworbenen Werften in Rostock, Stralsund und Wismar, sondern im weitverzweigten Finanzmanagementsystem des Vulkan-Konzerns. Im Frühjahr 1996 ist der Vulkan insolvent. Hennemann kommt statt mit vier Jahren Haft mit einem blauen Auge davon. Nach fast 14 Jahren stellt das Landgericht Bremen das Verfahren wegen Untreue gegen ihn ein. Die Treuhandnachfolgerin, die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, stellt Strafanzeige gegen den früheren Vulkan-Vorstand wegen zweckwidriger Verwendung von Beihilfen in Höhe von 435 Millionen D-Mark. Doch Konkursverwalter Jakobs Wellensieg zuckt die Achseln. Das Geld ist weg. Auch die Landesregierung Thüringens steht vor gewaltigen Herausforderungen. Ganze Landstriche sind von Deindustrialisierung geprägt und die neuen industriellen Kerne gleichen die massenhaften Arbeitsplatzverluste in den abgewickelten alten Industrien quantitativ nicht aus. Während im 1992 in Betrieb genommenen Eisenacher Opelwerk knapp 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen, gehen im nahezu zeitgleich geschlossenen Automobilwerk Eisenach 10.000 Beschäftigungsverhältnisse verloren. Wie der Freistaat insgesamt, so steht auch das einstige Kombinat VEB Karlsheiß Jena mit seinen 13 Betrieben und 30.000 Mitarbeitern vor einem grundlegenden Wandel. Im Juni 1991 beruft die Thüringer Landesregierung den fünf Monate zuvor als Ministerpräsident Baden-Württemberg zurückgetretenen Lothar Späth als Vorsitzenden der Geschäftsführung der Jenoptik GmbH. Der Schwabe unterzieht das Unternehmen einer harten Rosskur. Er reduziert die Belegschaft um 15.000 Mitarbeiter, schickt 7.000 in Umschulungsmaßnahmen und richtet das Unternehmen inhaltlich neu aus. Dank einer Starthilfe der Treuhandanstalt von 1,4 Milliarden Euro und des Freistaates Thüringen von 400 Millionen Euro wird spät mit dem Bau eines neuen Zeiss-Hauptwerkes und dreier jener Gewerbegebiete nicht nur der Verpflichtung zur Strukturentwicklung in Jena gerecht, ihm verbleibt auch genügend Geld für gezielte Zukäufe. Im Juni 1998 führte er im Jahr zuvor mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Jena geehrte kleine König von Thüringen die Jenoptik AG als erstes ostdeutsches Hightech-Unternehmen an die Börse. Bereits im Dezember steigt die Aktie in den MDAX auf. Auf der Hauptversammlung im Juni 2003 gibt der 65-jährige Späth die Führung des Konzerns nach 12-jähriger operativer Führung ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Seine Sanierung von Carl Zeiss Jena gilt als ostdeutsche Erfolgsgeschichte, bilanziert die Wirtschaftspresse. Nach der Entlassung von tausenden Mitarbeitern und dem Abriss ganzer Fabriken baute spät das Unternehmen in einem modernen Weltkonzern mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro um. Als die Treuhandanstalt am 31. Dezember 1994 ihre Tätigkeit beendet, steht sie für viele Ostdeutsche geradezu sinnbildlich für die Fehler, Schattenseiten und Enttäuschungen im Wiedervereinigungsprozess für die unfreundliche Übernahme des Ostens durch den Westen. Dem Westen Deutschlands dagegen überwiegt das Bild einer Einrichtung, die von einer in 40 Jahren SED-Planwirtschaft ökonomisch und ökologisch heruntergewirtschafteten DDR beim besten Willen nicht mehr hat reppen können. Von den etwa 12.000 Betrieben, die der Treuhandanstalt 1990 unterstehen, hat sie in ihrer vierjährigen Tätigkeit 7.800 privatisieren können und 3.700 Betriebe liquidieren müssen. Von 4 Millionen Arbeitsplätzen in den von der Treuhand verwalteten Betrieben sind 2,5 Millionen verloren gegangen. Und statt das Vermögen der DDR an deren Bewohner auskehren zu können, bleibt die Treuhand auf einem Schuldenberg von 270 Milliarden D-Mark sitzen. Heute müssen die meisten von uns, auch ich, einräumen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Wirtschaft und damit auch den Wert des DDR-Vermögens deutlich überschätzt haben, notiert Helmut Kohl im Oktober 2007. Während Rohwerder eher als Sanierer gilt, geht seiner Nachfolgerin, der früheren niedersächsischen Finanzministerin Birgit Breul, der Ruf einer prinzipientreuen Marktwirtschaftlerin voraus. Wir haben uns gestritten wie die Kesselflicker, das muss ich schon sagen, räumt Breul ein. Weil ich natürlich wollte, dass die Privatisierung eine wichtige Rolle dabei spielte und nicht nur die Sanierung. Unter Breul wird die Treuhandanstalt zu dem, als was sie heute maßgeblich wahrgenommen, unterinnert wird, zu einer Privatisierungsagentur mit einem Durchsatz von bis zu 100 Privatisierungen pro Monat. Die ehemalige Vorstandsvorsitzende und Präsidentin der Treuhand blickt durchaus selbstkritisch zurück. Ich glaube, die Ostdeutschen haben sich damals die Freiheit einfacher vorgestellt, nicht so kompliziert, nicht so hart im Wettbewerb, sagt sie 2019 im Interview. Deswegen wird die DDR heute im Rückblick von vielen als gerechter angesehen. Wir mussten den Menschen wirklich sehr viel zumuten und haben das auch getan, ohne Zweifel. In Westdeutschland wurden Demokratie und soziale Marktwirtschaft nach 1945 als Wirtschaftswunder erlebt. In Ostdeutschland nach 1989 dagegen als brachialer Strukturwandel. In Westdeutschland konnten sich Demokratie und Marktwirtschaft sofort mit einem Wohlstandszuwachs verbinden. In Ostdeutschland ging die Einführung dieser beiden Grundprinzipien der Bundesrepublik erst einmal mit scharfen Einschnitten einher mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft und vor allem mit millionenfacher Arbeitslosigkeit. Während der linke Politiker Dietmar Bartsch heute von einem Treuhandtrauma spricht, fällt der letzte Ministerpräsident der DDR ein freundlicheres Urteil. Ich stimme nicht mit denen überein, die pauschal auf die Treuhand schimpfen, betont Lothar de Maizière. Wie hätte es denn sonst laufen sollen? Im Vergleich zum Transformationsprozess in anderen vorher sozialistischen Ländern wie Russland oder der Ukraine, wo fast alles in den Händen von Oligarchen landete, ist es bei uns doch gut gelaufen. Die schlimmsten Herausforderungen der Umgestaltung sind heute geschafft. Wir können und sollten eigentlich zufrieden sein. Eine breite Mehrheit der Ostdeutschen, die am 18. März 1990 zur Wahlurne gingen, wollte mit ihrer Stimme ein neues politisches und ein neues ökonomisches System schaffen. Und die Einheit Deutschlands. Und das haben wir erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.